Du kommst aus einem Land, das keiner kennt, oder? Mein Land ist Osttimor. Es liegt südlich von Indonesien und nördlich von Australien. Glaubst du, schauen sich die Menschen im Osttimor den Slalom und Riesen-Szalom an? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die wissen dort nicht mal, was es ist, aber sie schauen sich mit Sicherheit die Eröffnungsfeier an. Wie viele Sportler starten für Osttimor? Ich bin der einzige Athlet, also werde ich alleine hineinmarschieren, aber ich werde versuchen, ein paar Leute hinter mich zu bringen. Damit du dich nicht so alleine fühlst? Ja, ich denke, meine Mutter, mein Trainer, mein Masseur und mein Doktor nehme ich auch mit. Ich hoffe, ich habe sie auf den Geschmack gebracht, dass sie in Pyeongchang nicht nur den ersten Startnummern die Daumen halten, sondern auch...